Mein Vater ist in der letzten Zeit ziemlich viel zu Hause. Er darf nicht mehr ins Kontor gehen. Wie schön ich muss es sein, sich plötzlich überflüssig fühlen. Mutter ist zu Fandans gegangen um zu besprechen, ob wir nicht schon morgen uns vertauchen sollten. Das Verstärk befindet sich in Vaters Kontor. Fandans werden auch mit uns verschwinden. Wir werden sieben sein, wir werden sieben sein, wir werden sieben sein. Geen mens zou vermoeden dat achter de simpele grijs geschilderde deur zoveel kamers schuil gaan. Voor de deur is een stoepje en dan ben je binnen. ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK MUZIEK ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK ZANG MUZIEK ZANG MUZIEK ZANG MUZIEK ZANG MUZIEK ZANG MUZIEK Untertitelung des ZDF, 2020